Hallo und willkommen hier wieder zu Yugi Unions und zwar ist die Bandliste, die überarbeitete Bandliste herausgekommen da Spirals einfach zu stark waren und einfach viel zu dominiert haben und jetzt wurden sie ein bisschen schon recht stark getroffen und zwar ist erstmal GoFu, der ist limitiert worden den kann man jetzt nur noch einmal spielen und also der kann ja zwei Spielmarken, also in Spezialbestimmung wenn man keine Monster hat den zwei Spielmarken noch dazu und dann ist es ein Instant Decode Talker oder was anderes, bis zu Link 3 halt dann Spiral Quick Fix, das ist der auf dem Bild da oben der Unterstützer, der was auch versucht glaube ich dann die Spiral die Drohne die ist ja durch glaube ich Angriff erhöhen oder irgend sowas ich habe Spiral nicht gespielt, ich mochte es von einfach an nicht und ich sehe auch jetzt den Grund dazu und dann noch Set Rotation das sind die Karten die jetzt limitiert wurden um die Spirals ein bisschen zu verlangsamen dass sie nicht so über darüber sind obwohl man kann die glaube ich schon irgendwie wie soll ich sagen treffen und besiegen ich meine ich verstehe jetzt nicht warum das jetzt so extrem ist aber vielleicht habe ich noch nicht gegen diese Spiral Spieler gespielt aber naja zum Glück sind sie jetzt ein bisschen langsamer geworden und jedem macht das Spiel wieder Spaß gut das war auch jetzt wieder das mit den News wieder ein kurzes halt und dann die nächsten kommen wahrscheinlich auch wieder bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal